Und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe WooCommerce. In diesem Video geht es darum, wie man Rechnungen an verschiedene Drucker oder auch nur an einen Drucker automatisiert senden kann. Ist der Drucker dann nicht an, ist das gar kein Problem, denn sobald ich ihn anmache, druckt er automatisch die noch offenen Aufträge aus. Dazu braucht man grundsätzlich keinen speziellen Drucker. Es gibt jedoch Drucker, die direkt mit dem Internet, mit der Cloud verbunden sind und somit keinen PC mehr erfordern. Dazu aber gleich im Video mehr. Wir sehen hier schon auf dem Bildschirm ein Modul und in einer schematischen Darstellung, wie das Ganze funktioniert. Es geht grundsätzlich darum, automatisiert Rechnungen und Lieferscheine zu drucken. Das heißt, kommt eine Bestellung im Online-Shop rein, wird automatisiert die Bestellung anhand gewisser Einstellungen, die ich gleich zeige, in die Google Cloud gelegt. Das heißt, man hat dann auch eine Archivierung in der Google Cloud aller Rechnungen und Lieferscheine. Ist ein Drucker angebunden über einen der zwei Wege, das heißt an einem Rechner angebunden, welcher über Google Cloud Print verfügt, oder direkt ein Drucker mit dem Internet verbunden, welcher mit der Google Cloud verbunden ist, wird also die Rechnung und oder der Lieferschein ausgedruckt. Ist eines der Geräte, wie schon anfangs gesagt, nicht angeschaltet und man schaltet ihn dann an, wird automatisch die Warteschlange, wie man es sonst vom Drucker auch kennt, ausgedruckt. Das Ganze ist also sehr, 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 sehr praktisch und vor allem, ich kann so gesehen ortsunabhängig auch in gewissen Ladenlokalen oder im Lager oder wo auch immer etwas drucken. Man kann es sogar so machen, dass zum Beispiel die Rechnung in der Buchhaltung gedruckt wird und der Lieferschein entsprechend, sobald die Bestellung auch fertiggestellt wurde, im Lager oder im Versand gedruckt wird. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr schön und sehr, sehr flexibel und ich finde, ein super Vorteil ist vor allem auch die Archivierung in der Google Cloud. Das ganze Cloud-Thema kann man jetzt sagen, hmm, datenschutzmäßig nicht das sauberste, stimmt aber so nicht. Google hat das Ganze auch angepasst, es ist DSGVO-konform nutzbar. Jetzt komme ich auf die Zugriffe drauf an, wer hat das Google-Konto, also wer hat da Zugriff drauf, aber das ist noch ein ganz, ganz anderes Thema. In diesem Video soll es halt einfach darum gehen, wie die Funktionalität gewährleistet werden kann und das Schöne ist dafür, dass ich es nicht nur für den Einzelhändler zum Beispiel habe oder für den großen Versandhandel, sondern ich kann es auch für Restaurants nutzen. Denn ganz, ganz viele Restaurants haben vielleicht einen kleinen Online-Shop, wollen eine Online-Bestellung ermöglichen, Pizzadienst, was auch immer oder einfach nur Produkte oder Essen und Getränke zum Abholen anbieten und da braucht man einfach diese Funktion, dass auf dem Bon-Drucker zum Beispiel für die Küche automatisiert dann der entsprechende Bon, der Beleg ausgedruckt wird und je nachdem kann man das auch so machen, dass der Lieferschein dann zur Abholung beigelegt werden kann. Das heißt, in der Küche kommt der Bon für die Produktion, für das Kochen raus und der Lieferschein später für die Ausgabe an der Theke oder wo auch immer entsprechend über einen anderen Bon-Drucker. Sehr, 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 sehr praktisch und einfach zu lösen. Steigen wir einfach mal ein, wie das Ganze jetzt aussieht. Wir haben als erstes also die Verknüpfung von dem Plug-in. Das Ganze geht über eine sogenannte Client-ID. Jeder hat mit seinem Google-Account eine bestimmte Nutzer-ID und man hat dann einen Secret, einen Schlüssel, den ich hier einfach eintrage. Das ist sehr, 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 sehr einfach und in dem Plug-in auch erklärt. Man kann mehrere Drucker hinterlegen. Das sieht man hier auch später. Und man kann auch sagen, dass halt die ganzen Belege, also Rechnung und Lieferscheine, auch in dem Google Drive, in der Cloud gespeichert werden. Die Google Cloud an sich sieht so aus. Ich habe jetzt keinen Drucker hinterlegt. Man könnte also hier einen Cloud-fähigen Drucker hinzufügen. Dort findet man auch ganz, ganz viele schon in der Liste und kann einfach hier eingeben und dann hinzufügen. Über Apps finde ich dann zum Beispiel auch der Google Chrome Browser zum Beispiel. Wenn man jetzt einen lokalen Drucker, ich springe nochmal zurück, einen klassischen lokalen Drucker an seinem Rechner hat, das heißt über USB, dann muss ich halt den Google Chrome geöffnet haben und der Google Chrome kann dann automatisiert im Hintergrund, wenn ich normal arbeite am Rechner, hier entsprechend die Sachen ausdrucken. Das Ganze funktioniert sogar auch mit einem Handy. Wenn man also ein Handy hätte, wo der Drucker angeschlossen ist über WLAN oder über Airprint oder was auch immer, könnte man auch darüber diese Druckaufträge laufen lassen, falls man sich nicht extra einen Cloud-fähigen Drucker in dem Sinne halt kaufen möchte. So, jetzt sieht man hier halt die Möglichkeiten, die wir haben. Wenn man einen Drucker hinzufügt, ist ein Drucker hinzugefügt, kann ich halt dann später über das Plugin auswählen, wie welcher Drucker ausgewählt werden soll für den Druck von Rechnungen für Lieferscheine oder einfach alles soll auf einem Drucker gedruckt werden. Diese zwei Sachen, wie gesagt, gibt dann Cloud-Print, wenn man es eingerichtet hat, aus. Und ich brauche nur die Client-ID eingeben und den Client-Secret, Save Changes und ich bin fertig. Das Ganze in den WooCommerce-Einstellungen ist sehr, sehr, sehr simpel aufgebaut. Das zeige ich an der Stelle auch mal. Wir haben also hier unter WooCommerce-Einstellungen die Cloud-Druckoptionen, dann gibt es die Allgemeinoptionen, die Rechnungsoptionen, Verpackungsbelegoptionen, also Lieferscheinoptionen, den Systemstatus zur Kontrolle und die Protokolle, wo man einfach sieht, was wurde übertragen und was noch nicht, falls mal irgendwas stecken bleiben sollte, kann man auch über die Bestellungen später in WooCommerce auch manuell nochmal über Cloud-Print ausdrucken. Hier aber die wichtigsten Einstellungen, dass man erstmal einstellt, welche Papiergröße habe ich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Thermodrucker habe, ist die Papiergröße A7 ideal. Habe ich zum Beispiel A4, also normales Rechnungsbriefpapier, kann ich A4 nehmen und wähle das hier einfach aus. Und dann sage ich Paprierausrichtung, Porträt oder Landschaft. Porträt ist halt Hochformat, Landschaft ist Querformat und kann sagen, nach welcher Zahlung es ausgedruckt werden soll. Ist natürlich klar. Erst wenn natürlich das Geld da ist, dann schicke ich erst etwas raus. Aber auch das kann man hier, wie gesagt, ganz flexibel halt einstellen. So, dann hat man eine Beispielbestellung, die man testen kann. Dann wird hier sein Logo kann man hochladen natürlich, was dann auch obendrauf platziert wird. Die gesamten Belege sind auch recht einfach anpassbar. Und ja, dann kann man hier den Namen des Shops, Geschäftsadresse und Fußzeile hinzufügen, was entsprechend diesen Beleg extra für den Google Cloud Print individualisiert. Gehen wir zu den Rechnungsoptionen. Hier kann ich dann sagen, mal zum Beispiel eine Rechnungsvorschau, wie es aktuell aussieht. Hier sieht man auch schon die Oberfläche von Google Cloud Print. Und ja, so würde eine solche Rechnung schon mal aussehen. Das Ganze lässt sich, wie gesagt, so ein bisschen anpassen. Das wird auch immer wieder vom Plugin-Autor halt entsprechend angezeigt und aktiviert und geupdatet vor allem. Das heißt, auch hier gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, den Barcode nicht anzuzeigen, anzuzeigen und und und. Also das ist wirklich schon sehr, sehr flexibel und sollte für die meisten Gegebenheiten ausreichen. Und vor allem mit den neuen Updates, die das Plugin bringen wird, kann ich irgendwann auch diese Belege nochmal individualisieren und die Rechnungen. Hier sieht man halt, wenn man die Drucker hinterlegt hat, würde man dann halt den Drucker hier auswählen können. Auch Mehrfachauswahl ist möglich. Dann Exemplare, doppelte Buchhaltung zum Beispiel, dass man eins für den Kunden hat und eins für sich. Ich kann Probeausdruck machen, dann wird das automatisch an den Google Cloud Print gesendet und ich kann es mal aus dem Drucker herausholen. Gehen wir zu den Lieferscheinen oder dem Verpackungsbeleg. Dort sind die Einstellungen ähnlich. Hier auch wieder Drucker auswählen, wie viele Lieferscheine brauche ich. Und hier sieht man auch, dass manche Sachen schon deaktiviert sind. Auch hier einfach draufklicken und dann wäre es aktiviert auf dem Beleg und mit jeder neuen Bestellung würde es dann halt oder mit jeder neuen Lieferung würde es dann wieder versendet werden. Ich klicke nochmal gerade auf Systemstatus, damit wir das auch gesehen haben. Das ist ähnlich wie der normale WooCommerce Systemstatus. Darüber kann man halt feststellen, ob alles noch in Ordnung ist in der Installation. Hier sieht man alles, was mal gemacht wurde und kann diese dann entsprechend auch kontrollieren, falls mal etwas nicht funktionieren würde. Und ja, das Ganze ist wie gesagt sehr flexibel, ist nicht wirklich fehleranfällig und das macht das Ganze eigentlich so reizvoll, sodass man halt wirklich sich nicht mehr um den Ausdruck kümmern muss, nicht mehr manuell ausdrucken muss, sondern es geht alles komplett automatisiert, was natürlich in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist. So sieht das Ganze aus, wenn man dann in der Cloud Print Dokumente erlegt hat. Das heißt, wir haben halt auch die Invoice Nummer dahinter oder den Packaging Slip, aber diese Dateinamen kann man später auch ändern und hat halt so gesehen diese Archivierung super einfach. Man kann halt auch sagen, ich möchte die löschen, ist auch gar kein Problem, aber ich finde es halt wie gesagt als Archivierung sehr, sehr, sehr praktisch. Und einige unserer Kunden setzen das auch schon erfolgreich ein und teilweise auch schon Restaurants, das heißt oder Fastfood, Läden, solche Burger oder sie machen Salate, frische Salate, kann man online bestellen und ab 12 Uhr kann man das dann im Mittagsgeschäft abholen und die lassen sich zum Beispiel darüber auch die entsprechenden Belege automatisiert ausdrucken und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Wenn man jetzt den passenden Drucker, ich gehe nochmal zurück, also nicht den klassischen Drucker verwenden möchte, sondern einen cloudfähigen Drucker, dann tippt man am besten bei Amazon einfach Google Cloud Print ein und findet dann hier auch wirklich für jede Preisklasse schon etwas. Und ich werde den Link auch hier in die Beschreibung nochmal packen, auch von dem Plugin nochmal selbst den Link in die Beschreibung und es macht wirklich Spaß, ja, damit zu arbeiten, es vereinfacht ganz, ganz viele Prozesse. Man sieht auch hier, man hat ganz viele Möglichkeiten, wirklich von 50 Euro Druckern bis hin zu paar hundert Euro Druckern, ja, und Thermodrucker gibt es halt entsprechend auch. Dazu einfach mal selbst gucken, wie kompatibel die sind. Es gibt ansonsten auch, wie gesagt, die Möglichkeit klassische Drucker hinzuzufügen, dafür braucht man halt nur einen Google Chrome Browser, der das halt entsprechend verknüpft hat und den Chrome Browser muss man nur im Hintergrund aufmachen. Also auch kein wirkliches Problem. Hier ist die Plugin-Seite, wo der Link in der Beschreibung ist. Das Ganze kostet derzeit nur 35 Dollar, also im Prinzip, ja, 32 Euro. Ist also wirklich nicht wirklich viel. Letztes Update war jetzt, heute ist der 26. Februar und das heißt Anfang Januar war das letzte Update. Ist also alles im grünen Bereich. Ist auch kompatibel mit den neuesten WooCommerce und WordPress-Versionen. Und man hat wirklich hier, ja, ein super Plugin für wenig Geld. Hier sieht man auch nochmal, wenn man mehrere Drucker hat, kann man auch je Drucker noch auswählen. Wie viele Kopien, wie die, ob Querformat oder Hochformat und welches Papierformat es haben soll. Ist also sehr, sehr flexibel. Ich kann mich hier nur wiederholen. Und für den Preis ist es wirklich, ja, perfekt. Die ganze Buchung ist hier sehr, sehr einfach und, ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Als Inspiration und vielleicht auch als Problemlöser zu dem nervigen Thema, wie kriege ich meine Rechnungen sauber ausgedrückt. Sei es für die Buchhaltung, sei es für, ja, für das Restaurant, für Lager oder für den Einzelhandel. Eigentlich egal, welche Branche und Einsatzgebiet mit Google Cloud Print, habe ich eine automatische Archivierung als weiteren Vorteil. Und vor allem, ich kann die Funktion so nutzen, dass alles automatisiert ausgedrückt wird. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Gerne einen Daumen hoch geben und bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben oder mir einfach eine E-Mail schicken. Und, ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat gefallen und wünsche viel Spaß beim Ausdrucken und viel Spaß weiter mit WooCommerce und dass das Ganze auch bei dir automatisiert läuft und wirklich der Spaß dabei ist und man sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. In diesem Sinne, gute Verkäufe, gute Ausdrücke und viel Spaß.